Luka Gunti sind vielleicht die Strafe, die wir im dritten Drittel kassiert haben. Hat auch ein Zeichen gewesen, dass wir irgendwann etwas ratlos wurden? Ist es heute gegen die CSC Lions? Ja, es geht. Ich würde sagen, Strafe sind eh nie gut. Es macht den Rhythmus kaputt. Ich habe nicht das Gefühl, wir sind ratlos gewesen. Ich habe das Gefühl, im Play-Off kann das Momentum so schnell passieren. Das Momentum wieder auf unserer Seite. Aber es sind sicher zu viele Strafe gewesen. Wie geht man mental mit dem um in den ersten zwei Spielen, die nicht dabei waren? Sind die Goalen einfach so gefallen? Jetzt gerade zweimal Graques? Ja, ich habe natürlich versucht, heute offensiv noch mehr Akzente zu setzen. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir hatten schon im letzten Match ein bisschen Mühe, um sie reinzubringen. Chancen sind da. Wir hatten auch heute Chancen, um sie zu machen. Und es kann dann auch im nächsten Match plötzlich wieder rein gehen.